Willkommen zurück zu Annas Quest, Leute. Das ist ein Mist. Das mit dem Schwanprinz, das muss man komplett in der richtigen Reihenfolge machen. Da habe ich jetzt mal nachgeguckt. Ich hoffe, ich kriege es zusammen, weil man darf sich nicht verklicken. Also das muss jetzt hier alles flüssig laufen. Man beginnt mit, aber du hast es schon gewonnen. Well, then I must do this. And I hold. Ja, ist okay. So, jetzt kommt die Lücke in der Deckung. They have their guard down. Now's your chance. Aha! Then I... Woosh! Like a... So, dann greifen sie plötzlich an. Aha! A lightning... Jetzt trifft er die Schwerthand. Oh, but... Aha! Well, then I must... Dann greifen sie nochmal an. Aha! A lightning... Äh, und jetzt müssen wir sagen, aber du hast schon gewonnen. Well, then I must do this. And I hold. Ich habe es versaut. Oh. Nochmal. Ansonsten muss ich nochmal nachgucken. Oh, right? That is what I said. Und dann... Du hast es schon gewonnen. Du hast es schon gewonnen. Und I hold. So, Lücke. Aha! Woosh! Dann greifen sie sie plötzlich an. A lightning... Dann trifft er die Schwerthand. Aha! Well, then I... Und jetzt hat er schon gewonnen. Und jetzt hat er schon gewonnen. Und jetzt hat er schon gewonnen. Ich bin ein Schwerthand-Prinz. Ich schwöre! Well, even if it's not quite what he intended, that did indeed amaze me. Hey, das sind die Schwerthand-Prinz. Hey, das sind die Schwerthand-Prinz. Aber dann gibt es auch die Blumen. Eine blumenlöse Blumenkirche. Ich brauche, dass ich etwas über das tun soll. Wahrscheinlich brauche ich auch ein schöner Blumenkirche. Nicht, dass ich etwas falsch sehe mit meinem. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe meine Glück mit sparking, mechanischen Dingen gespürt. Well, die Kleine ist nicht genau meine, um zu ändern, aber diese Blumenkirche würde in so vielen anderen Fällen so benötigen. Ich bin sorry, Treespirit. Es ist für das Gute des Regens. Ich hoffe. Das stellt jetzt unsere Goldmünze dar, tatsächlich. Ah, ja. Das sollte für eine Pigeon-Poste genutzt sein. Ich werde nur warten, bis ich die Schwerthand-Prinz bereit habe, um zu gehen. Ich brauche noch diese Goldkirche. Es ist sicher eine große, wertvolle Brücke. Da, eine Goldkirche. Ich hoffe, das wird den Trick machen. Jetzt ist es alles bezahlt und bereit, um zu senden. Obwohl... Ich weiß nicht. Ich fühle mich, dass etwas immer noch missbraucht sein könnte. Ja gut, jetzt mach das. Ah, ja. Das sollte für eine Pigeon-Poste genutzt sein. Da, das ist besser. Jetzt ist es definitiv bereit, um zu senden. So, dann Brieftaube mach mal. Well, das ist eine Pigeon-Poste. Just like the coupon asked for. Here we go, little fellow. One mail order, ready to be delivered. Lucky you. You know, I felt like I was just beginning to get along with the little guy. And now, now suddenly he's leaving the nest, flying off into the work place. Time goes so quickly. Wow, I didn't realize it went that quickly, though. My gosh. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das war schnell. Ja. Ein schönes, neuer, schweißes, magisches Gold-Nähen. Hey, schau, was ich gefunden habe. Das wäre ziemlich wichtig für dich, nicht wahr? Well, I'll be. A gold symbol. Stars above. Where did you find yourself something like this? I have my ways. I'm glad you like it, Cindy. It's all yours. My gosh. Thank you, Anna. You may have saved these wedding guests yet. Mmm, but hopefully not the wedding itself. Leave me to it, sweet thing. I'll have your dress mended in no time now. Now that I think about it, I hope that thimble isn't just some cheap trick. Werden wir sehen. Oh, wow. That thimble was the real deal, huh? That must mean Cindy is already on her way to joining the Knights of the Queen. Good for her. Now this is more my size. Oh, so pretty. I don't have anything near this fancy on the farm. Okay, so that's the dress sorted then. But then there's also the flowers. A flowerless flower girl. I need to do something about that. Yeah. Die brauchen wir noch. Die Blumen. Was haben wir denn jetzt? Wir haben die Schuhe und das. Das heißt, uns fehlen halt echt nur noch die Blumen. Kann ich vielleicht noch mit dem Baumgeist reden, ob der auch noch ein paar Blumen vor uns hat? It's okay, now. I don't need to bother her anymore. Ja, du hast dein Kleid. Aber was wir nicht haben... I'll leave him be. Hmm. Schade. Ich weiß, dass noch irgendwas mit der Nachtigall war, aber ich weiß nicht was. Aber ich denke mal, dafür brauchen wir Fleisch. Don't you touch my... Not even. Not even. Aw, what a pretty little bird. How sweet. Tweetily, tweet, tweet. That's my pretty little bird. Don't you be getting any ideas now. No. Tell... Hmm. The door is a bit of an easier way to leave the room, I think. No. Ich muss hier irgendwas machen. You haven't always warned me against being destructive for the sake of it. I think I'll respect that advice. Wäre ich jetzt eher nicht dafür, aber okay, kann ich mit der Köchin nochmal reden? Hello there. Hi. That's a pretty... That's my pretty little was given to me specially. Aw, how's... You tell me. Oh. Hey. What a... It just so happens I saw a rather large swan that's just been, uh, put out of action. Would you be interested in something like that? Hmm. Last time I tried to cook the castle swans, I was nearly fired. But then again, if it's already out of action, then I would say I would be interested. Very interested. Sehr schön. Uh, starting to have second thoughts about this idea now. I shouldn't hang around too long. Who knows when the cook will catch on to me. That's not to mention how, uh, unsafe that looks. Sorry about... Not as sorry as... Hmm, interesting. Seems the swan has taken a bit too much of her attention. I do feel kind of bad taking the cook's friend though. But it's okay. I'll find a replacement. Hmm... Not a bad idea. Only problem is, this bird looks nothing like the owl. Winfrieda would know straight away. Okay. Well... Not a bad idea. I did that now. Hmm. Hmm. I don't think the tree sp- Hmm... ... ... ... ... ... Maybe I should try some- No, that would- Das wäre nicht sinnvoll. Blech. Es ist jetzt alles schrecklich, mangelig, sootig. Halt die Klappe, du blödes Mistvieh. Du wirst jetzt ausgetauscht. Aha, das sollte es tun. Ich... hoffe... Oh, Anna, es ist Winfriede wieder. Ah, ich hätte besser gehen, Ben. Dieser Oehl wird mir weggeben. Schau, Winfriede kann dich nicht hören, also... Du möchtest auch einfach es kaltieren, okay? Komm schon, tiefes Wunderschöne. Schhhhhh. Wunderschöne, wunderschöne. Ich glaube, ich kann noch nicht nach dem gebliebenen Raum gehen, bis ich diesen Mann finden kann. Ich würde sie ertrinken. Ich würde sie ertrinken, aber es bin ja nicht ich, sondern es ist Anna. Und jetzt stopfen wir das Vieh einfach in den Käfig rein, während sie den Roboter kommt. Wunderschöne, nichts anderes zu nehmen. Oh, ja, endlich. Das ist perfekt. Da, das ist nicht so schlecht, hm? Hm, viel mehr Licht, gut riechende Essen. Yeesh. Du zwei hier. Ich glaube, du gehst ziemlich gut zusammen, ich glaube. Anna, du hast es geschafft! Sie schiefst. Sie schiefst. Ich meine, sie nicht sagen nichts über die Owl, also... So, das ist gut, nicht wahr? Das ist gut, Ben. Jetzt, endlich, zurück zu kommen. Ich bin schon zuerst. Ich bin auf die Schöne. Sie sagst, mich? Es ist kurz, keine Zeit! Sie müssen zu schiefen. Hurry! Oh, all this cursed mingling. Do they ever actually get to the marriage? Hmm, this guy's is still holding up at least. What do you think, Glorchus? Still looks fine to you. Glorchus? Uh, ahem. Hoot, hoot. Hmm, yes, precisely. Oh, phew. Uh, you? Uh, me? Something is not right. You, tell me now, what are you up to, hmm? Me? No, no, I... I'm just the usual innocent Ben. You know me, I'm too scared to do anything. Right. Hmm, very well. But I'm warning you, today is absolutely crucial, Ben. Do not mess with me. You will regret it. Phew, that was close. A little too close. Hmm, she re-locked the door. I couldn't see the code from where I was hiding, either. But hey, we finally have some time for a chat. And I know you, Anna, I bet you already have another brilliant inventive plan, huh? Well, I plan on finding the missing queen to stop Winfrieda's wedding. Let's take one thing at a time, though. First things first. Okay. How are we going to figure this code for the door out? You didn't happen to see it, did you? No, she's always very careful about that. It's too hard to see. Hmm. This spot here is nice and close to the door and the code, actually. It's just, I can't really see what she's entering with all this stuff in the way. I wonder, if I can find a way to adjust this stuff here, maybe then I'll be able to hide and see the code? Uh, you sure you really need to look under there? Huh? Uh, well, perhaps. But I think it's a good idea, Ben. Let's give it a shot. Uh, uh, if you insist. Good. What was that about your mother before? There's a protection spell on her that Winfrieda wants to break. Oh, yes. Uh, but, like I said, I don't remember a thing. Heh, 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 uh, hmm. Are you okay, Ben? You seem a little nervous. Oh, me? Ha, ha, no, I'm never nervous. Well, uh, maybe sometimes a little, but not now. Nope, no memories here. Also irgendwas stimmt da auf gar keinen Fall. There's no time to waste, Ben. I better get back to stopping Winfrieda. All right, Anna. If you need me, I'll, uh, be here. I guess. Das denke ich auch. Aber Leute, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ihr lasst mir in den Kommentaren einen Daumen nach oben und sage Tschüss und bis dann. Euer Wolf.